Hallo Matthias. Hallo Axel. Wir haben vor ein paar Wochen über einen anderen chinesischen Film gesprochen, »Bis dann mein Sohn« und reden heute wieder über einen chinesischen Film »The Farewell« von Lulu Wang, der ja auch ein Familienfilm ist. Im Grunde genommen sind das auch Konstellationen wie »Bis dann mein Sohn«. Es geht um eine Familie, eine große, es geht um Generationen, es geht um das moderne China. Und was hier anders ist, ist, dass es immer wieder auch natürlich in so etwas wie eine Komödie reingeht. Es ist tragisch, denn es geht um die Großmutter der Familie, die im Sterben liegt. Das wissen alle, nur sie selbst nicht. Und alle wollen noch mal zusammenkommen, ohne dass es die Großmutter erfährt, dass sie zusammenkommen wegen ihres Sterbens. Denn in China ist es wohl Tradition, dass man Sterbenskranken nicht erzählen soll, dass sie sterben, damit sie einfach die letzten Tage noch entspannt leben können. Und es wird erst dann zum Problem im Grunde genommen, als ihre Enkelin, die sie sehr gut kennt, natürlich mit ganz anderen Prämissen, die in Amerika groß geworden ist, kommt und sagt, diese Lüge, das können wir doch nicht machen. Wir müssen ihr doch erzählen, dass sie im Sterben liegt. Und das ist der eine Konflikt. Und dann natürlich kommen alle aus der ganzen Welt zusammen und versammeln sich für eine Hochzeit, eines ihrer Enkel. Und das ist eigentlich das, was der Film erzählt. Und der hat große Kritiken bekommen. Also Rotten Tomatoes, 99 Prozent. In Sundance war er ganz groß. Wie war das für dich? Hat erfüllt der Film diese Vorgaben für dich? Oder hast du gerade im Vergleich auch zu Bis dann, mein Sohn? Also kannst du da... Also ich würde sagen, er ist auf jeden Fall ein guter Film. Ich finde es ein bisschen übertrieben jetzt mit 99 Prozent bei Rotten Tomatoes und alles. Er ist jetzt nicht so ein, ich sag mal, Monumentalwerk wie jetzt Bis dann, mein Sohn. Ist aber wirklich ein guter, intelligenter Film. Eigentlich der auch, finde ich, wirklich so diese Elemente von Komik und Tragik gut ausbalanciert. Also dass schon natürlich die Tragik über allem schwebt, aber vor allem halt durch die Rolle der Großmutter, die als Einzige nichts weiß von ihrem Schicksal, so eine gewisse Leichtigkeit reinkommt. Und auch so diese Momente des Humors, zum Beispiel die, wo sie dann diesen Streit haben, dass, sie haben ja Hummer bestellt, aber es gibt ja nur Krabben, was so zum Erzählen überhaupt nicht lustig ist. Aber so in dieser Situation ist es unglaublich witzig, wie sie mit so einer Trockenheit da vorgeht. Und alle eigentlich stocksteif sind bei der Sache, außer sie. Das finde ich wirklich sehr gut gelöst, dass es keine künstlichen, humoristischen Momente sind, sondern sie wirklich aus der Situation selber kommen. Ja, und ich finde auch, gerade der Alltag, es wird ja viel gekocht, viel gegessen, was immer in chinesischen Filmen ein großer Moment ist. Also fantastisch. Und das ist, das finde ich auch, da ist der Film sehr nah dran an dem, was wir normalerweise nicht wissen über China. Da ist halt diese ganzen, was man sonst als Mainstream-News aus China bekommt, Überwachung, dieses ganze Zeug da, das sieht man da nicht. Da sieht man einfach chinesischen Alltag, der fern von dieser relativ negativen Berichterstattung von China ist. Und das ist, finde ich, wahnsinnig erfrischend auch. Und dass man auch viel über den kulturellen Hintergrund erfährt und natürlich vielleicht fast schon subversiv, dass letztendlich natürlich gesagt wird, Lügen sind manchmal gut. Und das dürfte ja dem chinesischen Staat gar nicht gefallen. Ja, das finde ich aber auch wirklich, dass diese ethische Frage auch so nicht mit dem Holzhammer kommt, sondern die schwebt so im Raum, wird immer wieder angesprochen und alles. Und es war ja jeder schon mal irgendwie in der Situation, soll man jetzt dem jemanden, den man mag, den man liebt, irgendwie die Wahrheit zutrauen in dem Moment oder lieber nicht? Ich fand halt eine Stelle dann sehr gut, wo der Onkel dann sagt, wir nehmen ja ihr Leiden auf uns. Und das halt dann wirklich so eine Perspektive ist, die man davor überhaupt noch nicht gesehen hat und wo dann auch die Hauptfigur ins Denken, ins Nachdenken kommt und auch ihre amerikanischen Werte dann mal hinterfragt. Also es ist wirklich so ein intelligenter Film, der aber auch nicht zu anstrengend ist und auch nicht zu viel auf einmal bringt. Ja, und dann trotzdem so sehr wichtige Themen wie auch Migration, was macht sie mit uns, was macht sie mit unserer Kultur, wie verändern wir durch das Zurückkommen in unsere Heimatkultur dann auch wiederum natürlich auch diese Realität. Also das ist schon, und das wird auf leichte Weise verhandelt. Also das ist, und das muss man ja hoch anrechnen. Und ich hatte auch gelesen, dass Lulu Wang, die Regisseurin, ist selbst mit sechs Jahren nach Amerika ausgewandert und hat eine ähnliche Großmuttergeschichte. Also eine Menge ist in ihrem Leben so passiert. Und ich finde, das spürt man auch, dieses Alltägliche, das Normale, was sie wirklich super transparent einfach rüberbringt. Also wirklich ohne irgendwelche unnötigen melodramatischen Elemente, fand ich wirklich, also es ist ein wunderbarer, kurzweiliger, doch intelligenter Film. Ja, finde ich auch. Also das ist schon eine eindeutige Sache. Also dann machen wir es auch eindeutig weg damit und rein damit und lass uns anschlossen. Ja, Tür auf, China, ja.